Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man sich eigentlich so eine Bierbong bzw. als einen Biertrichter selber richtig bauen kann, wenn man zum Beispiel auf ein Festival campen geht und dort nicht irgendetwas Billiges aus dem Internet nehmen möchte, was nach der ersten Benutzung sofort wieder kaputt geht. Wenn du also Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Billige Bierbongs aus dem Internet sind zwar schon komplett zusammengebaut und auch relativ günstig, doch meistens ist das Problem, dass dann entweder nach der ersten Benutzung der Kugelhahn schon unlicht wird, es passt nicht wirklich viel Bier hier rein oder auch der Schlauch knickt jedes Mal sofort ab und man hat einfach nicht so viel Spaß. Deswegen bauen wir uns jetzt mal so eine hier selber mit Materialien aus zum Beispiel dem Baumarkt. Schauen wir uns zuerst einmal die Einkaufsliste an. Zuerst brauche ich einen normalen Trichter mit einem Durchmesser von mindestens 20 cm. Hat einfach den Vorteil, dass dieser Trichter hier relativ groß ist. Es passt natürlich auch ordentlich Bier hinein und vor allem auch der Schaum, wenn etwas hier drinnen bleibt, dass dieser nicht sofort überläuft. Mein Trichter hat jetzt genau 20 cm und ist wirklich perfekt geeignet, finde ich. Als nächstes brauchen wir mal noch einen normalen PVC-Schlauch, in den 25 bzw. 1 soll und dieser sollte mindestens 1,2 Meter lang sein. Hat einfach den Vorteil, dass von der Größe her ist natürlich der Durchfluss relativ gut und es passt bei der Länge auch wieder ordentlich Bier hinein und man verschüttet nicht so viel. Den 25 bedeutet übrigens Innendurchmesser von 25 mm und wir haben hier auch noch eine Wandstärke von jeweils 3 mm. Bei so einer großen Wandstärke ist der Vorteil, dass der Schlauch nicht so leicht knickt, wie es bei Billigmodellen einfach oft der Fall ist. Da unser Schlauch hier insgesamt einen Außendurchmesser mit der Wandstärke von 32 mm hat, benötigen wir jetzt mal noch drei Schlauchscheine mit einem Durchmesser von 20 bis 32 mm. Diese schauen so aus, werden hier einfach draufgestülpt und anschließend festgezogen und somit ist die Verbindung nämlich auch schon ordentlich dicht. Wenn wir jetzt auch unsere drei Schlauchscheine haben, benötigen wir mal noch einen Kugelhahn in DN20 bzw. 3 Viertel Zoll und zwei solche Schlauchthüllen hier mit einem Außengewinde von 3 Viertel Zoll und hier vorne einen Anschluss für den Schlauch von 25 mm. Falls du dich jetzt fragst, warum ein Kugelhahn von 3 Viertel Zoll und nicht 1 Zoll, wenn man hier einmal durchschaut, durch unseren Schlauch, der jetzt schon auf dem Kugelhahn drauf ist, können wir sehen, dass der Querschnitt nicht wirklich kleiner wird und 1 Zoll einfach zu groß wäre. Wenn wir jetzt all unsere Materialien gekauft haben, müssen wir erst einmal unsere Schlauchthüllen hier etwas noch mit Teflonband abdichten, dass das Gewinde natürlich später auch ordentlich dicht ist. Wenn das jetzt alles zu schnell geht, ich habe auf meinem Kanal schon ein extra Video, wie genau man solche Gewinde mit einem Teflonband abdichtet. Ich setze dieses also einmal in Gewinderichtung an, das ist bei mir jetzt ein normales Rechtsgewinde, wie es normalerweise auch der Fall sein sollte und dann gehe ich jetzt einfach einmal so circa viermal hier um mein Gewinde außen rum und dann sollte das auch schon reichen. Dasselbe Spiel mache ich jetzt natürlich bei meinem zweiten Gewinde auch noch. Das Teflonband sitzt und jetzt kann ich mal meine Schlauchthülle hier einfach im Uhrzeigersinn per Hand in meinen Kugelhahn eindrehen. Jetzt am Anfang reicht handfest wirklich erst einmal aus, später gehe ich noch mit meiner Wasserpumpenzange drüber und auf der anderen Seite natürlich dasselbe Spiel. So, das sollte jetzt erst einmal reichen. Nun den Kugelhahn am besten einfach einmal aufmachen und dann kann ich mit meiner Wasserpumpenzange hier nämlich sauber ansetzen und jetzt einfach noch einmal etwas fester drehen. Doch, man sollte es auf gar keinen Fall übertreiben. Das sollte hier passen und auf der anderen Seite mache ich jetzt dasselbe Spiel auch. Ich setze wieder meine Wasserpumpenzange an, kann auch natürlich den Kugelhahn hier etwas drehen und schon sollte dieser auf jeden Fall dicht sein. Nun nehme ich die eine Seite von meinem Schlauch hier, gebe hier eine Schlauchschelle drauf und dann stülpe ich diesen einfach mal relativ fest schon auf meinem Trichter hier oben drauf und damit das Ganze natürlich auch länger hält und nicht irgendwie sofort auseinander fliegen kann, tue ich jetzt einmal meine Schlauchschelle hier noch schön ordentlich festschrauben. Diese habe ich jetzt mit einem normalen Kreuzschraubendreher relativ festgezogen und somit ist die erste Verbindung auch schon schön fest. Nun verbinden wir mal noch die andere Seite von dem Schlauch hier mit unserem Kugelhahn. Den Kugelhahn sollten wir auf jeden Fall aufmachen, dass wir wissen, wohin dieser Hebel dann auch am Ende zeigen wird. Denn dieser sollte mal Richtung Trichter gehen, dass wenn man später immer aufmacht, nicht wirklich gegen den Kopf sich haut. Jetzt aber erst einmal die Schlauchschelle hier wieder auf unseren Schlauch drauf geben und dann den Schlauch einmal fest auf diese Schlauchtülle hier hinaufschieben. Ich habe jetzt extra noch einen Handschuh angezogen, dass ich hier nicht so leicht wegrutsche. Das sollte jetzt auch schon reichen. Und jetzt können wir hier vorne nämlich wieder unsere Schlauchschelle schön festziehen. Diese ist jetzt auch schon fest, weswegen wir unseren Trichter jetzt eigentlich schon richtig verwenden könnten. Es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, dass wenn du sagst, die Schlauchtülle hier vorne ist als Mundstück nicht wirklich geeignet, nicht angenehm, dass man sich einfach noch ein Schlauchstück abschneidet, entweder so kurz oder 15 bis 20 Zentimeter. Dieses hier vorne drauf gibt und natürlich auch noch mal mit einer Schlauchschelle festschrauben. Und somit hat man dann hier vorne als Mundstück auch noch einen Schlauch. Dadurch haben wir jetzt auch schon unsere Bierbong bzw. unseren Biertrichter richtig zusammengebaut. Und ich würde sagen, das nächste Camping bzw. Festival kann auf jeden Fall kommen. Wenn du dir jetzt die ganzen Materialien hier kaufen möchtest, wie erwähnt, würde ich einfach mal in den nahegelegenen Baumarkt fahren. Hier sollte man normalerweise alles kriegen, außer vielleicht so einen großen Trichter hier. Den kann man im Notfall aber auch nachträglich noch einfach auf Amazon zum Beispiel kaufen. Und wenn du jedoch sagst, dass es dir das ganze Geld einfach nicht wert ist für so eine hochwertige Bierbong und du möchtest einfach etwas günstiges, billiges haben, was man nach einmaliger Benutzung sofort wieder wegschmeißen kann, dann kannst du diese natürlich auch auf Amazon schon komplett fertig kaufen. Der Link hierfür ist einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.